Okay, also ganz ganz speziell, normalerweise machen wir das nicht, das wird lieb wiederholen, aber weil du so lieb gefragt hast und vor allem noch dein Schnitzel oder was immer du hier reinarbeiten musstest, dass wir das gespielt haben, aus dem Grund machen wir eine Ausnahme, wir spielen nochmal eine Song, die wir gespielt haben. Das war's. 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 Das war's.